Wir lieben Holz und wir lieben das, was wir daraus machen. In Arnsberg und Leutkirch verarbeiten wir unsere Hochdruckschichtstoffe und Rohträger zu HPL-Elementen weiter. Hier unterscheiden wir zwischen Verbundelementen mit offenen Kanten und Postforming-Elementen. Postforming-Elemente kommen vor allem dann zum Einsatz, wenn sie besondere dekorative oder konstruktive Ansprüche erfüllen sollen. Beispielsweise bei Arbeitsplatten oder Fensterbänken. Alternativ dazu bieten wir auch PERFORM, unsere Laserkantentechnologie. Für unsere Verbundelemente belegen wir hochwertige Trägerplatten beidseitig mit HPL. Als Träger für alle unsere Elemente kommen viele unserer Rohspan- und Faserplatten in Frage. Auch solche mit speziellen Eigenschaften wie feuchte Beständigkeit, Brandschutz und Leichtbau. Oder Balanceboard, ein leichter Werkstoff aus Holz und schnell nachwachsenden Rohstoffen. Für besonders ökologischen Innenausbau. Das HPL stellen wir aus imprägniertem Dekor und Kernpapier selbst her. Ehe wir Trägerplatten belegen, reinigen wir sie. Je nach Leimart, Weißleim, Harnstoffharz oder PUR unterscheiden wir zwei Produktionsprozesse. Den Weißleim tragen wir mithilfe einer Walze auf den Träger auf. Mit Schichtstoff belegt, kommen die Platten in die Flachpresse. Bei Hochglanzprodukten setzen wir auf die PUR-Verleimung. Der PUR-Leim wird auf den Trägerwerkstoff aufgetragen. Dieser wird dann mit dem HPL verpresst. Das sorgt für eine besonders homogene und ruhige Oberfläche. Danach geht es entweder zum Versand in das Elementelager oder in die Postforming-Anlage. Sie erwärmt und biegt das überstehende Laminat an der Längskante und klebt es fest. Auf der Unterseite schützt eine Versiegelung das Produkt vor eindringender Feuchtigkeit. Das ist sowohl einseitig möglich als auch auf beiden Seiten. Oder in Kombination mit einer Perform-Laserkante. Vor dem HPL Postforming müssen die Trägerplatten speziell präpariert werden. Abhängig vom gewünschten Profil fräsen wir die Kanten. Rund, eckig oder klassisch. So hat Pfleiderer für jeden Zweck das passende HPL-Element im Sortiment. Für optimale Ergebnisse und rundum zufriedene Kunden. Denn auch Sie lieben Holz. Und Sie lieben das, was wir daraus machen.